Die Transformation von Wissenschaft und Gesellschaft. Wie können wir die Zukunft nachhaltiger gestalten? Wie verändert sich Leben? Wie verändert sich Gesellschaft? Transformation von System geht nur über Köpfe. Maybe we are something we don't know yet that we can be. Welche Chancen müssen wir ergreifen? Und mit welchen Risiken müssen wir lernen umzugehen? Wir haben jetzt eine andere Welt. Wir brauchen eine andere Schule. Programming should certainly be part of the curriculum. Die Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund haben es, glaube ich, noch schwieriger. Wir sprechen mit klugen und meinungsstarken Köpfen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Das wollen die Menschen nicht mehr. Sie wollen nicht bevormundet werden und nicht gesagt bekommen, was sie denken sollen. Wie können wir die Daten für uns machen? Wissenschaft ist unerhört wichtig für ökonomische Entwicklung. Die digitale Revolution ändert die Rolle der großen Konzerne. All das hier auf dem Kanal des Stifterverbandes. Viel Spaß dabei wünscht ihr und euer Michael Sonnabend. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.